Der griechische Gott Zeus ist mir aus vielen Gründen ähnlich. Zeus und ich haben gern Macht und Kontrolle über das, was geschieht. Wir sind beide gern Anführer einer großen Gruppe von Menschen. Zeus und ich werden leicht zornig und bestrafen Menschen auf außergewöhnliche Weise. Ich höre nichts mehr. Du verschwindest! Du willst spielen? Also gut, dann spielen wir. Du willst spielen? Nein!